Schreinerei Schöntal Bestattungsdienste. Wir sind Tag und Nacht für Sie da. Bestattungen verlangen Einfühlungsvermögen und persönliche Betreuung. Wir haben darin viel Erfahrung, bereits in der dritten Generation und großes Wissen. In der Schreinerei polsten wir die Särge aus und statten sie sorgfältig aus. Selbstverständlich berücksichtigen wir Ihre Wünsche. Alle Angehörigen werden von uns pietätvoll begleitet und wir sorgen für einen reibungslosen und raschen Ablauf. Wir bieten Ihnen auch einen kompletten Service. Auf Wunsch erledigen wir für Sie alle Formalitäten zuverlässig und respektvoll. Schreinerei Schöntal Bestattungsdienste. Wir sind Tag und Nacht für Sie da.